Heidi Klum lächelt oben ohne für ihren Tom Kaulitz. Sommer, Sonne, Sonnenschein-Smile. Heidi Klum, 48, genießt ihren Urlaub in vollen Zügen und macht ihrem Herzblatt Tom Kaulitz, 31, eine süße Liebeserklärung. Dabei zeigt sie sich ziemlich freizügig. Den Familienurlaub mit Tom und Bill Kaulitz genießt sie in vollen Zügen. Vor dem satten Blau des Meers strahlt das Model über beide Ohren und hat dabei obenrum einfach gar nichts an. Du setzt mir das größte Lächeln auf. Tom, schreibt sie zu dem schönen Schabschuss. Momentan urlaubt sie mit ihren Kindern, mit Ehemann Tom und mit Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz, 31, durch Europa. Offenbar ist die GNTM-Moderatorin vollends im Urlaubsglück angekommen. Und dabei bewundert die Truppe einerseits mal die Sehenswürdigkeiten Roms, lässt es sich andererseits aber auch auf einer Yacht vor Sardinien gut gehen. Ihr oben ohne Bild mit dem süßen Lächeln für Tom entstand auf der Leiter der schicken Yacht. Aber wenn sie dann mal was anhat, zeigt sie sich dabei äußert stylisch. Heidi zeigt sich stylischer denn je, auf einem anderen Schnappschuss zeigt die Modellegende, dass sie es in Sachen Style immer noch drauf hat. Denn auf ihrem Haar sitzt eine Basecap mit dekoriertem Schirm. Figuren von Spongebob, Schwammkopf und Minnie Mouse reihen sich dort aneinander. Schließlich ist die Mütze von Lego und der Schirm genoppt, sodass die Figuren dort Halt finden. 2 3 3 3 3 2 4 14 4 4 penso 5 4 5 5 0 Vielen Dank.